43 cm großer Dainichi Tanjo aus der Linie Super Rigidousan, großer, voluminöser Korako Tanjo, schönes Tanjo, dick fettbreit zwischen den Augen. Da öffne ich in die Augen rein, da öffne ich in die Merse rein. Sauberer Fisch. Breit aufgebaut, Dainichi Muscle Body, ganz typisch. Super schöner Reiterfisch. Gutes Volumen, schön gefüllt, schön dick, stark gefüttert. Steht nichts im Wege, dass der genauso weiter wächst und riesengroß wird und dann im nächsten Frühjahr als Nisai mit 65 vielleicht ausgetest werden kann. Runtergebracht GT3.